hallo liebe leute herzlich willkommen zur weiteren kleinen hilfs guide von uns und zwar das meisterstück nummer 8 findet ihr hier auf dem kontinent zeshara und da müsst ihr nämlich hier auf diesem ganzen kontinent die abenteuerführenden punkte machen das geht darum ihr müsst 40 punkte erreichen also 40 prozent um das meisterstück 8 zu erhalten das geht ganz einfach entweder wenn ihr alle sachen erkundet die sachen sammelt die kochrezepte macht bosse legt instanzen lauft die in die geschichten findet die monster kill also einfach aktivität auf diesem kontinent erreicht ihr dann bei 40 prozent das meisterstück 8 ich wollte das nur euch zeigen wo es her ist und dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen abend ciao leute